Du möchtest Teil der TechTracks HD Community sein und dich mit Leuten austauschen, die sich auch für Multimedia, Gaming und IT-Technik interessieren? Vielleicht hast du auch ein paar Fragen oder möchtest einen Videovorschlag machen? Dann solltest du dir unseren Discord-Server mal genauer anschauen. Dort findest du eine Vielzahl an Menschen, die Teil der TechTracks HD Community sind, aber auch Bereiche für Tipps und Tricks. Den Link zu unserem Discord-Server findest du unten in der Videobeschreibung. Ja, ich grüße euch hier auf TechTracks HD zu einem neuen Video und ich grüße euch zu einem neuen Tech-Tipps-Video hier auf meinem Kanal und heute gibt es das heiß ersehnte Bild-Einstellungs-Video zum Sony X90J LED TV. Ja, den X90J haben wir ja vor kurzem hier auf meinem Kanal in einem großen Review-Video präsentiert. Das Video verlinke ich euch mal oben in der Infobox. Bevor ihr erst anfangt, hier wild durch dieses Video zu klicken, solltet ihr euch erstmal die ersten paar Minuten hier anschauen, denn ich habe ein paar Dinge euch zu erzählen, sodass ihr ein bisschen besser nachvollziehen könnt, was für was gedacht ist und wie ich mir gewisse Dinge gedacht habe. Was ihr auf jeden Fall gleich zu Beginn wissen solltet, ist, dass diese Bild-Einstellungen hier nach meiner persönlichen Expertise, nach meinem persönlichen Empfinden eingestellt wurden. Das bedeutet, ich habe jetzt hier nichts eingemessen, sondern ich habe mich davor gesetzt, habe mich stundenlang damit beschäftigt und habe für mich die besten Bild-Einstellungen gefunden und teile diese gerne mit euch. Ihr könnt diese ausprobieren, aber ihr müsst das nicht. Ich habe euch denke, probieren geht über studieren. So, jetzt werde ich euch gleich zeigen, was euch hier in diesem Video erwartet. Das Video ist in einzelne Kapitel unterteilt und ich werde euch zu Beginn erstmal erzählen, was die einzelnen Kapitel beinhalten. Ja, wenn euch das gefällt, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben und lehnt euch zurück. Ja, ich lege los. Ja, ich würde sagen, beginnen wir jetzt erstmal damit, dass ich euch erkläre, was erwartet euch hier in diesem Video und das ist auch sehr wichtig und das solltet ihr euch auch wirklich alle anschauen. Ja, also dieses Video besteht aus sechs Einzelkapitel, die unterschiedliche Bild-Szenarien beinhalten, die man mit dem Fernseher fahren kann und die ich jetzt hier auch soweit testen konnte. Was ich gleich zu Beginn sagen möchte, ist, dass dieses PlayStation Auto HDR Tone Mapping ich jetzt hier in diesem Video nicht behandle. Ich werde gucken, ob ich dazu noch ein weiteres Video präsentieren kann, separat auf meinem Kanal. Das kommt darauf an, wie lange ich den X90J noch bei mir stehen haben kann. Da ich ja diesen miete und die Miete läuft bald aus und ich habe noch einige Projekte am Start, ich versuche das mit diesem PlayStation Auto HDR Kalibrieren oder diesem Tone Mapping separat nochmal zu bringen. Das wollte ich nicht in so einem Bildanstellungsvideo hier verpacken, denn das ist nochmal ein bisschen spezieller und da wollte ich einfach allgemein nochmal drauf eingehen. Also, wenn ihr Glück habt, dann habe ich dazu ein Video gemacht und wenn dieses Video schon verfügbar ist, dann habe ich es euch oben in der Infobox verlinkt. Ja, also, was erwartet euch jetzt hier in diesem Video? Kapitel 1, da beginnen wir mit der SDTV DVD SD Streaming Qualität. Das bedeutet, SDTV steht für das Standard Definition Television, also für dieses Standard Fernsehen, alles unter HD, dann DVD Wiedergabe und natürlich für Inhalte von Streaming Diensten, die nicht in HD oder Ultra HD vorliegen, sondern in der klassischen SD-Qualität. Dann geht es weiter mit Kapitel 2, HDTV Blu-Ray. Das ist genau ähnlich wie beim ersten Kapitel. Hier geht es einfach nur darum, dieses klassische HD-Fernsehen, die Full-HD-Blu-Ray-Wiedergabe und natürlich HD-Inhalte von Streaming Diensten. Ihr könnt diese Bildeinstellung aber auch für Ultra HD-Inhalte nutzen, die nicht in HDR oder Dolby Vision vorliegen. Das solltet ihr auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal wissen. Das kann man dafür auch verwenden für 4K in SDR. Gut, weiter geht es in Kapitel 3. Kapitel 3 behandelt die Ultra HD Blu-Ray in HDR, sowie Streaming Dienste in HDR. Vor allem Amazon Prime Video bietet ja Inhalte in klassischem HDR, aber auch MPTV Plus hat durchaus, oder MPTV an sich hat auch durchaus Bildeinstellungen oder Bildinhalte in HDR. Auf jeden Fall, Ultra HD Blu-Ray, HDR-Inhalte ist Kapitel 3. Das gleiche dann mit Dolby Vision, also Streaming Dienste, Ultra HD Blu-Ray in Dolby Vision, ist dann mit Kapitel 4. Also da solltet ihr das differenzieren. Das ist beim Sony X90J immer nicht leicht zu erkennen, was dann Dolby Vision ist, da er auch Dolby Vision-Inhalte mit HDR quasi deklariert. Er bietet aber da diese klassischen Dolby Vision-Einstellungen, aber das seht ihr dann in Kapitel 4. Kapitel 5 und Kapitel 6 sind dann die Gaming-Einstellungen, die ich hier allgemein gehalten habe. Wie gesagt, diese ganze PlayStation 5 Auto HDR Tor-Mapping-Geschichte versuche ich ja noch in separaten Videos zu verpacken. Auf jeden Fall behandeln wir in Kapitel 5 Gaming in HDR mit 60 oder 120 Hertz und dann in Kapitel 6 Gaming in SDR mit 60 oder 120 Hertz. Das ist aber in diesem Fall auflösungsunabhängig, das heißt, es kann ein Full-HD oder auch ein Ultra-HD sein. Das heißt, mit der Kapitel 6 behandle ich auch solche kurzen Sachen wie Nintendo Switch, Nintendo Wii U, PlayStation 4, PlayStation 3 und so. In Kapitel 5 sind wir dann auf der Xbox Series X, CSS-Seite und der PlayStation 5. Bei der PlayStation 5 natürlich ohne dieses Auto-HDR Tor-Mapping, dass ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. Ja, das sind jetzt die sechs Kapitel, die euch hier in diesem Video erwarten und ich würde sagen, starten wir nun mit Kapitel 1, SD-TV und DVD. Gut, beginnen wir nun mit der SD-TV, DVD und SD-Streaming-Bild-Einstellungen. Hier habe ich jetzt exemplarisch eine DVD genommen, aber wie gesagt, das könnt ihr auch dann für die anderen Dienst- oder Funktionen einstellen. Also ich empfehle jetzt hier den Bild-Modus Standard mit folgenden Bild-Einstellungen. Als erstes ist es das automatische Bild-Modus-Ding abzuschalten. Ja, man kann das nutzen. Ich persönlich habe aber gedacht, so, nee, das ist für mich jetzt nicht unbedingt das Ding. Ich habe das da an der Stelle deaktiviert. Bei den Lichtsensoren habe ich mich hier bei der SD-Wiedergabe für automatische Luminanzstärke und automatische Tonkurve entschieden. Das gibt diesen ganzen SD-TV natürlich nochmal ein etwas knackeriges Bild. Wir haben ein bisschen bessere Kontrastdarstellung und das solltet ihr auf jeden Fall bei dem Sony-Fernseher aktivieren. Gut, dann machen wir weiter jetzt unter Helligkeit. Helligkeit habe ich jetzt hier 27 gewählt. Das ist so eine Sache, der X90J ist ja so ein Fernseher, der relativ hell werden kann, aber nicht so hell, wie man es vielleicht von einem LED-TV erwartet. Aber er bewegt sich auf jeden Fall auf einem sehr guten Niveau. Und da kann es natürlich bei SD-Inhalten schon sein, dass man da so, ich sage mal, sehr stark berieselt wird, was die Lichtstärke angeht. 27 habe ich mich hier sehr gut gefunden. Das ist aber so eine Sache, da muss ich sagen, das ist ein bisschen raumabhängig und ein bisschen mit eurer Beleuchtung. Das ist jetzt eingestellt mit einer gedimmten Beleuchtung im Hintergrund oder wenn gar kein Licht im Raum ist. Das heißt, wir haben jetzt hier es eigentlich so mit einem recht dunklen Szenario zu tun. Dann Kontrast auf 90 und die Gamma-Einstellung auf 0 sowie den Schwarzwert auf 50. Soweit ich es in Erinnerung habe, müsste das Kontrast, die Standardeinstellung sein, sowie Gamma und Schwarzwert auch. Das ist in diesem Fall auch gut gemacht von Sony-Seite aus. Der Fernseher ist allgemein von Sony schon ziemlich gut vorkalibriert und voreingestellt. Das finde ich sehr gut tatsächlich und das zeichnet ja auch so ein bisschen diese Sony-Fernseher aus. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt hier für diese Einstellungskombination entschieden. In diesem Bereich machen wir weiter. Dann jetzt auf der nächsten Seite ab dem Punkt Schwarzabgleich. Hier habe ich mich für hoch entschieden. Dann erweiterter Kontrastverstärker auf Aus. Da habe ich tatsächlich meine Probleme gehabt bei diesem Fernseher im SD-Bereich. Wenn ich hier den Kontrastverstärker eingestellt habe, wurde es irgendwie total unnatürlich. Vor allem helle Bildbereiche wurden sehr schnell ziemlich ausgebrannt. Was wir jetzt hier sowieso schon teilweise haben, dass die hellen Bildbereiche ziemlich überbeleuchtet sind. Das hat ein bisschen was mit dieser Spitzenluminanz zu tun, wo ich gleich noch darauf eingehen werde. Auf jeden Fall empfehle ich hier den erweiterten Kontrastverstärker zu deaktivieren. Automatisch lokales Dimming ist natürlich bei diesem Fernseher zu aktivieren. Da gibt es gar keine Diskussion, auch wenn das lokale Dimming jetzt nicht so gut ist. Aber das ist vor allem, um den Kontrast ein bisschen besser zu gestalten, solltet ihr das automatische Lokal Dimming aktivieren. Ja, es kann natürlich sein, dass man sagt, okay, man deaktiviert es vielleicht, weil das Lokal Dimming des Fernsehs jetzt nicht so perfekt ist. Um ein bisschen sauberes, einheitliches Bild zu haben, dass vielleicht jetzt nicht so Lichthöfe im Schwarzbereich entstehen. Das kann man machen, ja. Dann wäre aber der Schwarzbereich komplett ausgeleuchtet. Also das heißt, das Schwarz würde zu grau werden. Da müsst ihr für euch vielleicht ein bisschen entscheiden, wie ihr das wollt. Ich habe mich hierfür hoch entschieden. So, Spitzenluminanz. Spitzenluminanz ist ja so ein Ding, das ist ja an sich eine feine Sache. Damit hat man ja die Möglichkeit, so ein bisschen einen HDR-Effekt zu produzieren, dass das so helle Bildbereiche ein bisschen knackiger wirken. Das habe ich ganz gerne. Das ist aber auch so eine Sache, wo ich sage, das kann man einstellen, muss man aber nicht. Da müsst ihr euch für euch selbst entscheiden, wie euch das gefällt. Ich empfehle hier die Einstellung hoch. Machen wir nun weiter mit dem Punkt Farbe. Und Farbe habe ich mich jetzt hier für 55 entschieden. Da weiß ich gar nicht mehr, ob das jetzt nicht vielleicht sogar die Standard-Einstellung ist, die Sony hier vorgibt. Auf jeden Fall habe ich es hier bei 55 mich total gesehen mit der Kombination Farbtemperatur neutral. Ich werde in späteren Teilen bei den anderen Bildeinstellungen mit anderen Farbtemperaturen arbeiten. Hier habe ich mich tatsächlich bei der DVD-Wiedergabe bei neutral wiedergefunden. Denn wenn ich auf eine warmere Seite gegangen bin, was natürlich bei einer Filmwiedergabe so rein von der Technik her, rein von der Norm her eigentlich richtig ist, habe ich mich aber dargesehen, dass das Bild total unnatürlich wurde und dass das alles so einen extremen Rotstich bekommen hat. Und das hat mich ziemlich, ja, das hat mich ziemlich genervt. Und dadurch bin ich dann bei der Farbtemperatur auf neutral gelandet. Könnt ihr aber mal ausprobieren, auch in den warmen Bereich zu gehen. Das kann natürlich vor allem die Hautdarstellung etwas besser darstellen, besser optimieren. Müsst ihr mal sehen, wie euch das gefällt im Verhältnis zu dem anderen Bildinhalt. Ich muss sagen, bei neutral habe ich einen guten Kompromiss gefunden. Farbbrillanz in diesem Fall auf aus. Machen wir nun weiter mit Klarheit. Und bei Klarheit habe ich mich auch recht bedeckt gehalten, was irgendwelche Einstellungen angeht. Bildschärfe auf 50, das solltet ihr auf jeden Fall wissen. Bildschärfe ist hier eigentlich nichts zu verändern. Man kann vielleicht ein bisschen höher gehen, so auf 60, aber das ist schon so eine Sache. Denn bei modernen Fernsehern ist es so, mit der Schärfereinstellung sollte man nicht zu sehr übertreiben. Auch bei OLED-Fernsehern ist es so, dass man da nicht zu extrem fahren sollte, da das ja das Bild total verziehen kann. Die Bilddarstellung wird total unnatürlich und natürlich, ja, das ist auch nicht so ganz der Sinn der Sache. Und bei Sony-Fernsehern ist es so, eine neutrale Schärfe ist 50. Bedeutet, wenn ihr jetzt runter geht, nehmt ihr noch mehr Schärfe raus. Und wenn ihr hoch geht, dann überschärft ihr die Konturen. Bei einer neutralen Einstellung habt ihr quasi die perfekte Schärfereinstellung, die so die Inhalte vorgeben. So, Reality-Creation habe ich jetzt hier nicht abfotografiert, da ich diese nicht verwende. Dann zufälliges Rauschen reduzieren habe ich hier deaktiviert, da dies eigentlich auch nur das Bild zerstört und Details vernichtet. Gut, bei einer SD-Wiedergabe vielleicht nicht so sonderlich interessant, aber empfehle ich hier zu deaktivieren, sodass das Bild nicht noch schlechter wird. Dann digitales Rauschen reduzieren habe ich mich hier für automatisch entschieden, da der X90J hier einen ganz guten Ton trifft. Da ist natürlich schon so bei so einem Ultra-HD-Fernseher, vor allem, wir haben jetzt zwar es hier in Anführungsstrichen nur mit 55 Zoll zu tun, aber da ist schon, wenn man es mit SD-Inhalten zu tun hat, ist Pixel schon stark. Und mit digitales Rauschen reduzieren können wir das ein bisschen rausarbeiten, erglättet das ein bisschen, dadurch sieht das jetzt nicht zu sehr verpixelt aus. Wundert euch nicht, dass hier so Streifen drin sind, das liegt am Blu-ray-Player, da das hier Bildinhalt mit Zeilensprung ist, das liegt nicht am Fernseher. Gut, machen wir dann weiter mit den gleichmäßigen Abstufungen. Das macht hier in diesem Fall keinen Sinn, dass wir hier mit MPEG-2-Inhalten zu tun haben. Das Kompressionsverfahren geht ein bisschen anders vor. Da entsteht kein Banding, kein Farbbanding, kein Colorbanding und daher ist es hier, dies zu deaktivieren. Wenn ihr dies aktiviert, werdet ihr feststellen, dass das Bild sehr weich wird in der Qualität. Gut, dann machen wir jetzt noch weiter unter Bewegung. Und da habe ich auch jetzt nichts explizit abfotografiert, weil ich hier euch ganz klar sage, dass das eine Sache ist, die ihr selbst festlegen müsst. Das ist eine Sache nach einem persönlichen Empfinden. Da müsst ihr schauen, wie euch das Motionflow gefällt. Ich empfehle persönlich, den Filmmodus zu aktivieren. Ich habe das jetzt, wie gesagt, hier einfach so belassen. Empfehle euch, den Filmmodus zu aktivieren, sodass ihr den perfekten Kino-Look habt. Aber wie gesagt, unter Bewegung, was das Motionflow und so angeht, da solltet ihr euch selbst entscheiden, was ihr haben wollt. Kommen wir nun zum nächsten Kapitel und zwar zur HDTV, Blu-ray und HD-Streaming-Bildeinstellung. Und hier habe ich mich wieder in den IMAX-Enhanced-Modus verliebt. Muss ich tatsächlich sagen, das ist für mich so der Filmmaker-Mode der Sony-Fernseher. Ganz ehrlich, eine richtig schöne Sache. Hier habe ich als Beispiel die Blu-ray von Jurassic World 2 genommen. Nicht die Ultra-HD-Blu-ray logischerweise, sondern die klassische SDR-Blu-ray. Okay, also hier empfehle ich den IMAX-Enhanced-Modus mit folgenden Bildeinstellungen. Und zwar, wie der automatische Bildmodus, wie auch schon bei der DVD, deaktiviert. Deaktiviert, eine persönliche Sache. Ich empfehle, das hier an der Stelle zu deaktivieren und mit folgendem weiterzumachen. Und zwar beim Lichtsensor. Bitte die automatische Luminanzstärke und die automatische Tonkurve zu aktivieren. Das gibt dem ganzen Ding einen ordentlichen Kick. Das gibt der Bildqualität einen ordentlichen Boost, weil wir hier diese ganze XR-Cognitive-Technik mitverwenden. Und das ist im Verhältnis, also mit Kombination des Lichtsensors, eine richtig schöne Sache. Der Fernseher stellt da die Kontrast- und Helligkeits-Einstellungen ein wenig anders ein und ein wenig optimierter ein. Und das ist wirklich eine sehr feinde Sache damals. Vor allem mit den Details im dunklen Bildbereich kommen wir richtig gut um die Ecke. Also würde ich sagen, hier Lichtsensor empfehle ich einzuschalten. Dann geht es weiter unter dem Punkt Helligkeit. Und hier habe ich mich tatsächlich bei der Helligkeit auf volle Pulle gesehen. Das habe ich bei der SD-Wiedergabe nicht so gesehen. Da habe ich mich auf 27 gesehen. Hier musste ich es auf höchste Einstellungen setzen. Da ich da festgestellt habe, dass wir da so ein bisschen in die Richtung einer Pseudo-HDR-Darstellung kommen. Und da ist mir aufgefallen, man sollte vielleicht die Helligkeit auf höchste Einstellungen setzen, um diesen Kontrast zu verstärken. Wenn euch das zu hell ist, wäre es nicht verkehrt, wenn ihr hier runter geht und euch vielleicht auch im Bereich von 25 bis 30 wieder seht. Ich empfehle hier Maximum. Aber wie gesagt, es wäre nicht falsch, es auch herabzusetzen. Dann Kontrast auf 75 habe ich mich hier entschieden. Und dann bei Gamma auf 1. Das ist so eine Sache, da habe ich mich in Kombination mit dem Lichtsensor dazu entschieden, hier ein bisschen den Kontrast rauszunehmen und das Gamma anzuheben, aber auf keinen Fall den Schwarzwert zu behandeln. Der Schwarzwert sollte auch hier wieder auf neutral bleiben, auf 50. Das müsste die Standardeinstellung sein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Denn nur so haben wir eine recht sehr gute Detaildarstellung im dunklen Bildbereich, was ja bei LED-LCD-Fernsehern in dieser Preisklasse manchmal ein bisschen kompliziert ist. Aber der Sony macht das hier wirklich sehr gut und da habe ich mich bei diesen Einstellungen wiedergefunden. Dann geht es jetzt weiter runter unter dem Schwarzwert, geht es weiter mit dem Schwarzabgleich mit Mittel. Das hat alles auch wieder gesagt mit dem Black Rush zu tun, mit den dunklen Bildbereichen. Dann der erweiterte Kontrastverstärker habe ich hier auf niedrig gesetzt. Das nimmt noch ein bisschen diesen Grauschleier wieder raus, der durch die anderen Einstellungen entsteht und optimiert das Bild wieder. Sehr schön. Automatisch lokales Dimming ist hier wieder wichtig zu wissen, dass das auch eine persönliche Sache ist, die ihr hier einstellen solltet. Das Local Dimming des X90J ist ja jetzt nicht das Beste und daher überlasse ich euch das, was ihr hier einstellt. Wenn euch zu viele Lichthöfe im Schwarzbereich sind, dann solltet ihr euch überlegen, das abzuschalten. Dann wird das Schwarz, zwar Grau, aber einheitlich. Dann Spitzenluminanz habe ich hier wieder auf hoch gesetzt, um halt einfach diesen HDR-Effekt zu haben. Ist eine schöne Sache. Das Bild wird natürlich sehr kräftig in der Helligkeit dort. Wenn euch das zu heftig ist, ist es auch nicht verkehrt, dies zu deaktivieren. Ich empfehle aber an dieser Stelle auf hoch zu setzen. Dann geht es weiter mit Farbe. So, bei Farbe, das ist jetzt hier ein bisschen blass, das Bild. Das liegt aber an der Kamera. Da habe ich den anderen Bildmodus verwendet, um hier möglichst eine gute Fotografie zu bekommen. Das Bild ist ein bisschen wärmer, deutlich in der Darstellung und auch etwas farbenfroher, als jetzt hier im Bild zu sehen. Also, bei der Farbe habe ich mich bei 53 wieder gesehen und bei der Farbtemperatur auf Experte 2. Das ist diese ganze Sache mit dieser Filmdarstellung seitens der Norm, seitens der Filmindustrie, die hier eine sehr, sehr warme Farbdarstellung vorgibt. Und das gibt diesen Kinolog zumindest so, wie es seitens der Filmindustrie gerne gesehen ist. Meine persönliche Sache ist da immer so, dass ich mich da eigentlich nicht unbedingt so sehe, bei diesen warmen Einstellungen. Aber ich muss sagen, dass bei dem X90J das eine feine Sache ist. Der macht das richtig gut. Man merkt hier halt richtig, dass Sony die Fernseher auf Film optimiert. Und es ist einfach geil. Also kann man nicht anders sagen. Also Farbtemperatur empfehle ich hier tatsächlich auf Experte 2. Könnt ihr mal ausprobieren. Wenn euch das zu warm ist, dann geht auf Experte 1 oder warm zurück. Solltet aber mal darauf achten, vor allem jetzt, wenn ihr jetzt so eine Szene habt hier, wo ihr ein Gesicht habt mit Hautdarstellung und Lippen und dann im Hintergrund mit so einem, ja, Vegetation. Da empfehle ich immer, die Farbtemperatur gut zu treffen, einzustellen. Ich habe das jetzt hier bei Experte 2 gesehen. Macht da einen sehr guten Kontrast. Es wirkt nicht zu unnatürlich im Hintergrund, wie ich finde. Und die Gesichter sehen natürlich sehr schön aus. Also solltet ihr hier beachten, Farbtemperatur, Experte 2 empfehle ich. Wenn euch das so warm ist, geht er weiter runter. Farbbrillianz, da ist das so, bei Aus wird das Bild recht blass. Bei Niedrig fängt er an, die Farben ein bisschen herauszuarbeiten. Bei Mitteln fängt er wieder raus, nimmt das wieder raus. Und bei Hoch nimmt das wieder rein. Wirklich einen großen Unterschied habe ich jetzt nicht zwischen Niedrig und Hoch gesehen. Dadurch habe ich mich hier für Niedrig entschieden. Die Farben sahen dadurch wirklich ziemlich brillant aus. Gut, dann geht es jetzt weiter wieder mit Klarheit. Und hier habe ich mich auch wieder ein bisschen zurückgehalten. Bildschärfe wieder neutral. 50 ist immer die neutrale Einstellung der Schärfe. Wenn ihr runter geht, nehmt ihr Schärfe raus, dann bleicht das Bild aus. Und wenn ihr die Schärfe hochsetzt, dann werdet ihr feststellen, dass ihr Nachkonturen bekommt. So ein Ghosting-Effekt um die Objekte herum. Und das zerstört natürlich die Bildqualität. Wenn euch das Bild zu unscharf ist, dann solltet ihr euch eher die Quelle anschauen, als an der Bildschärfe herumzudoktern. Also Bildschärfe empfehle ich hier ganz klar auf 50. Reality Creation habe ich grundsätzlich immer ausgeschaltet. Oder auf automatisch, aber eigentlich immer aus. Also daher habe ich das auch nicht abfotografiert. Reality Creation habe ich hier auf aus. Dann zufälliges Rauschen reduzieren. Natürlich aus. Wenn wir das aktivieren, dann gibt es im Bewegtbild Verlust der Details auf Oberflächen. Das wollen wir natürlich nicht. Dann auch digitales Rauschen reduzieren. Das macht bei der Blu-ray eigentlich schon keinen Sinn mehr. Aber digitales Rauschen reduzieren kann bei Streaming-Inhalten interessant werden. Da solltet ihr gucken, wenn euch das Bild vielleicht ein bisschen rauscht, ein bisschen pixelt. Bei Streaming-Inhalten, also bei Netflix, Disney Plus und Co. Dann solltet ihr digitales Rauschen reduzieren, vielleicht aktivieren nach euren Empfinden. So, gleichmäßige Abstufung empfehle ich hier an dieser Stelle auf hoch. Und zu guter Letzt kommen wir jetzt zu Bewegung. Und da sage ich genauso wie schon bei der DVD-Einstellung, das ist eine Sache, die ihr selbst finden müsst. Daher habe ich das jetzt hier einfach mal exemplarisch so gelassen, wie es war. Ich empfehle aber für die Blu-ray-Wiedergabe oder auch an sich für diese Bild-Szenarien den Kino-Modus zu aktivieren. Da habt ihr einen richtig schönen Kino-Effekt. Kann aber verfehlen das Gefühl auslösen, das Bild ruckelt und stottert. Solltet ihr wissen, wenn euch das nicht gefällt, müsst ihr unter Motionflow Einstellungen finden, die euch gefallen. Daher habe ich jetzt hier nichts festgelegt. Das ist eine sehr subjektive Sache. Bild-Technisch, also Bild-Qualitätstechnisch ist hier eigentlich empfohlen, den Film-Modus zu aktivieren. So, nun sind wir bei der Ultra-HD-HDR-Einstellung angekommen. Also alle Inhalte, die in HDR wiedergegeben werden auf Streaming-Diensten als auch über Ultra-HD-Blu-ray. Und hier empfehle ich auch wieder den IMAX-Enhanced-Modus. Ihr solltet beachten, dass natürlich der IMAX-Enhanced-Modus je nach Dynamikbereich gespeichert wird. Das heißt, der Fernseher speichert für den SDR-Betrieb separat etwas und für den HDR-Betrieb. Das heißt, für die Blu-ray-Wiedergabe verstellt ihr euch nichts, wenn ihr ein HDR-Signal drauflegt und den IMAX-Enhanced-Modus wieder einstellt. Der Fernseher speichert das separat. Okay, beginnen wir nun mit den Einstellungen. Also ich empfehle hier wieder den IMAX-Enhanced. Er ist halt einfach zum Niederknien. Mega geiler Bild-Modus. Gut, was habe ich dort eingestellt? Automatische Bild-Modus habe ich wieder deaktiviert. Klassischerweise, damit kann ich nicht viel anfangen. Dann Lichtsensor habe ich jetzt hier auf eingesetzt, aber die automatische Luminanzstärke deaktiviert. Denn ich habe festgestellt, wenn diese eingeaktiviert ist, dass das HDR-Bild an Brillanz verliert, wenn die Luminanzstärke aktiviert ist. Die Tonkurve macht wiederum Sinn, das zu aktivieren. Dadurch haben wir eine bessere Weißdarstellung, die sich gut an das Umgebungslicht anpasst. Aber Luminanzstärke, nein, damit kam das HDR-Bild irgendwie nicht mehr so gut rüber. Dadurch habe ich mich entschieden, dies zu deaktivieren. Machen wir weiter mit den Helligkeitseinstellungen. So, und hier habe ich mich, nicht wundern, die Kamera hat hier gerade eine etwas andere Belichtung verwendet, falls das Bild ein bisschen ausgebrannt wirkt. Auf jeden Fall. Helligkeit habe ich mich jetzt hier natürlich für 100% entschieden. Da wäre es jetzt ja hier, also Helligkeit ist die hinteren Beleuchtung. Die muss natürlich an dieser Stelle auf 100% setzen, wenn wir hier in HDR laufen. Denn nur so haben wir die maximale Spitzenhelligkeit. Dann Kontrast auch auf 100%, also auf Maximum. Das ist auch bei HDR wichtig, dass wir das so einstellen, dass wir hier einen guten Unterschied zwischen Hell- und Dunkelbildbereichen haben. Dann Gamma auf 1. Da habe ich mich vor allem dazu entschieden, das Gamma von 0 auf 1 zu setzen, da die Details im dunklen Bildbereich dadurch ein bisschen besser rüberkommen. Das sieht man vor allem jetzt hier bei Jennifer Lawrence in den Haaren, dass hier die Details sehr sauber rüberkommen. Es ist kein schwarzer Brei, sondern hier wird es fein abgebildet. Und das in Kombination mit dem HDR-Tor-Mapping Helligkeit bevorzugt. Das heißt, ich habe den Fernseher hier sehr darauf optimiert, möglichst helle HDR-Wiedergabe zu generieren. Wenn euch das vielleicht zu hell ist, dann solltet ihr hier auf Graduation, falls ich das falsch ausspreche, entschuldigt das, auf jeden Fall auf den anderen Modus von HDR-Tor-Mapping zu wechseln. Das nimmt das Ganze wieder ein bisschen raus. Das heißt, das Bild wird ein bisschen dunkler. Das Torn-Mapping wird etwas anders gefahren. Solltet ihr euch überlegen, wie ihr es wollt. Ich empfehle hier Helligkeit bevorzugt. Und den Schwarzwert wieder auf Standard belassen, auf 50. Okay, machen wir jetzt alles, machen wir weiter alles unter Schwarzwert. Da geht es jetzt weiter mit dem Schwarzabgleich. Das habe ich auf Mitte gesetzt. Das hat auch was mit meiner Gamma-Einstellung zu tun, sodass es nicht zu sehr ausbleicht. Bleicht habe ich hier den Schwarzabgleich auf Mitte gesetzt und den erweiterten Kontrast auf niedrig. Das gibt nochmal die Details in feinen Strukturen besser wieder, da der Sony X90J hier wirklich einen hervorragenden Job macht. Und teilweise hier in diesem Bereich schon an so einen AG-OLED-Fernseher, an so einen AG-C1 rankommt. Also das ist teilweise schon sehr beachtlich, was die Bildqualität angeht. Klar, vom Kontrast jetzt nicht unbedingt. Logisch ist ja auch kein OLED-Fernseher, aber Mut ab. Ich habe mich hier wirklich wiedergesehen bei dem Ding. Dann, automatisches Lokal-Dimming oder automatisches Lokales-Dimming ist wieder so eine persönliche Sache. Hier empfehle ich auch, da wir das Lokal-Dimming hier wenigstens dann schon voll nutzen. Dadurch haben wir eine bessere HDR-Wiedergabe, was die Kontrastdarstellung angeht. Aber ihr solltet euch darauf einstellen, dass natürlich es zu Wolken-Darstellung kommt im Schwarzbereich, wenn ihr Kinobalken habt. Da das Lokal-Dimming nun mal nicht so gut ist bei dem Fernseher, das ist einfach ein Fakt. Wenn euch das stört, dann solltet ihr das automatische Lokal-Dimming abschalten. Dann wird das Schwarz-Grau, aber die HDR-Darstellung wird dadurch natürlich etwas gemindert. Dann Spitzen-Luminanz natürlich selbstverständlich hier auf volle Pulle, also auf hoch. So, dass wir hier natürlich die perfekte Ausleuchtung, die perfekte Stärke der Leuchtinhalte haben. Also der hellen Bildbereiche, dass sie möglichst kräftig überkommen, sodass der HD-Effekt noch besser zur Geltung kommt. Machen wir nun weiter mit den Farbe-Einstellungen. Ich weiß gar nicht, habe ich da noch ein separates Bild geschossen? Nein. Mit den Farbe-Einstellungen und dort habe ich mich für Farbe wieder bei 53 wieder gesehen. Ähnlich wie bei der Blu-ray-Wiedergabe. Farbton auf Standard bitte, ganz klar. So, Farbtemperatur. Farbtemperatur ist ja so ein Glaubenskrieg. Richtig ist Experte 2. Aber ich habe festgestellt, dass bei der Ultra-HD-Blu-ray-HDR-Wiedergabe die Farbtemperatur auf Experte 2, da konnte ich mich nicht mehr, da habe ich mich nicht mehr gesehen. Also das ging für mich gar nicht mehr. Neutral ging aber auch nicht, was ich eigentlich normalerweise so ein Verfechter von bin, die Farbtemperatur auf neutral zu setzen. Was natürlich entgegen der Norm ist, vollkommen richtig. Das ist auch, da braucht man auch gar nicht diskutieren. Aber es ist ja mein persönliches Empfinden. Aber beim Sony X90J habe ich mich tatsächlich bei Warmen wieder gesehen. Also der, in der weiteren Stufe nach neutral. Es gibt da noch Experte 1 und Experte 2. Wie gesagt, bei den Experten-Einstellungen, da wurde das mir zu bräunlich, zu rötlich, das Bild. Und das sah halt einfach nicht mehr gut aus. Die Gesichtsdarstellung war zwar etwas besser, ja, aber es wirkte halt einfach unnatürlich und damit kam ich nicht mehr klar. Ihr könnt es aber für euch selbst ausprobieren. Ob ihr hier die Farbtemperatur noch ein bisschen anpassen wollt. Ob ihr sagt, Experte 1 oder Experte 2, probiert euch ein bisschen aus. Hier empfehle ich aber, warm einzustellen. Farbbrillanz hier ähnlich wie auch bei der Blu-ray-Wiedergabe auf niedrig. Aus und Mittel haben den gleichen Effekt, genauso wie niedrig und hoch. Und dadurch habe ich mich hier für niedrig entschieden. Machen wir nun weiter mit Klarheit. Und auch hier wieder habe ich mich recht zurückgehalten, weil es eigentlich nur ein Verschlimmbessern ist. Bildschärfe wieder auf Mittel, also auf 50, auf die Ausgangsposition. Wenn ihr es niedriger setzt, dann wird das Bild sehr schnell weich und blass. Und wenn ihr es zu hoch setzt, dann bekommt ihr Doppelkonturen. Also ihr solltet bei der Bildschärfe bitte auf Neutrales belassen. Wenn euch das Bild zu unscharf ist, überprüft eure Quelle. Nicht die Bildschärfe hochdrehen, denn das macht keinen Sinn. Reality Creation habe ich hier wieder abgeschaltet. Dadurch habe ich es auch nicht abfotografiert. Zufälliges Rauschen reduzieren natürlich aus. Also das macht keinen Sinn. Also zufälliges Rauschen reduzieren ist Käse. Wenn wir das aktivieren, wirkt das Bild zwar nicht mehr so rauschig. Wenn man einen Film hat mit Filmkorn oder mit einem Rauschen drin. Was natürlich auch mutwillig sein kann vom Filmentwickler. Wenn wir das aktivieren, dann haben wir das zwar nicht mehr, aber dann gehen Details auf Oberflächen verloren. Vor allem so Hautporen oder Hautunreinheiten oder so gehen in Bewegung verloren. Und es wirkt so, als wenn die Schauspieler einfach nur eine einheitliche Farbe haben im Gesicht oder einfach viel, ich sag mal, Kleister im Gesicht haben. Und das ist natürlich nichts in der Geschichte. Da empfehle ich hier die Rauscheinstellung generell zu deaktivieren. Das gleiche auch für das digitale Rauschen natürlich. Also zufälliges Rauschen reduzieren zu deaktivieren. Das gleiche natürlich auch beim digitalen Rauschen. So, gleichmäßige Abstufung auf Hoch müssen wir hier einstellen. Das ist Pflicht, da wir es hier sonst mit einem HDR Colorbanning zu tun haben, was normal ist. Mit dem gleichmäßigen Abstufung auf Hoch können wir dieses rausarbeiten und dadurch sieht das Bild sehr sauber aus. Und zu guter Letzt kommen wir wieder zu den Bewegung-Einstellungen. Und hier sage ich auch wieder ganz klar, das müsst ihr selbst wissen, was ihr hier einstellt. Das gebe ich jetzt nichts direkt vor. Filmmodus ist die Empfehlung, die ich euch gebe, das zu aktivieren. Denn damit habt ihr effektiv die beste Bildqualität. Diesen Kino-Look, das heißt das Bild stottert so ein bisschen wie im Kino. Müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr im Kino sitzt, dann merkt ihr bei schnellen Bewegungen, dass das Bild ziemlich am Stottern ist. Und das soll hier nachgeahmt werden im Filmmodus. Und daher empfehle ich das zu aktivieren, wenn ihr die beste Bildqualität haben wollt. Wenn euch das aber zurücklich ist, dann deaktiviert das und versucht unter Motionflow die Zwischenbildberechnung ein bisschen einzustellen. Da möchte ich aber euch gleich sagen, das solltet ihr euch selbst treffen, selbst die Einstellungen finden. Ein bisschen rum experimentieren, nehmt euch einen Nachmittag Zeit dafür und stellt das ein, sodass ihr die perfekte Bewegungseinstellung für euch gefunden habt. Kommen wir nun vom HDR zum Dolby Vision. So, wenn ihr Dolby Vision über einen HDMI-Eingang einspeisen wollt, müsst ihr beim Sony X90J einige Einstellungen noch vornehmen, bevor das überhaupt funktioniert. Dazu gehen wir in die Einstellungen unter Kanäle und Eingänge, dann unter Externe Eingänge, da dann unter HDMI-Signalformat. Und hier haben wir die einzelnen HDMI-Anschlüsse, die wir jetzt einstellen müssen, um Dolby Vision entgegenzunehmen. Ich habe jetzt hier HDMI 3 genommen, da hängt der AV-Receiver dran, woran der Blu-ray-Player dranhängt. Das heißt, ihr müsst jetzt gucken, wo vielleicht euer Apple TV oder Streamingbox oder sowas dran sitzt, wenn ihr jetzt die internen Apps nicht nutzt, dass ihr dann entsprechend das Format einstellt. Hier habt ihr die Auswahl zwischen Standardformat, Optimiertes Format und Optimiertes Format Dolby Vision. Und hier empfehle ich natürlich das letzte, Optimiertes Format für Dolby Vision. Ich muss zugeben, das ist ein, das finde ich eigentümlich, also andere Hersteller können das besser. Hier haben wir dann bei anderen Herstellern gar nicht so eine Möglichkeit. Also da kann man nur sagen, okay, erweiterte Signalformat aktivieren, ja, was Pflicht ist. Und dann geht HDR Dolby Vision, egal. Naja, gut, bei Sony-Fernsern ist das so, dass wir hier separat Dolby Vision aktivieren müssen. Ja, wenn wir das gemacht haben, kommen wir jetzt zu den Bildeinstellungen. Hier habe ich auch wieder Jurassic World 2 genommen, nur diesmal auf der Ultra HD Blu-ray. Okay, ich muss zugeben, ich habe jetzt hier fürs Abfotografieren jetzt nicht die beste Position gefunden von dem Film. Aber egal. Auf jeden Fall habe ich mich hier für den Dolby Vision Hell Modus entschieden. Ihr seht jetzt schon, okay, wir haben oben trotzdem HDR stehen, weil es sich bei Dolby Vision um ein HDR Modus handelt. Aber wir haben jetzt den Bildmodus Dolby Vision, Dolby Vision, also Dolby Vision Hell, Dolby Vision Dunkel und ich weiß gar nicht, was das dritte war. Auf jeden Fall habe ich mich bei Dolby Vision Hell wieder gesehen. Diesen Bildmodus stellen wir wie folgt ein. Was wir jetzt schon sehen, automatischer Bildmodus geht nicht. Das heißt, hier haben wir das nicht. Das ist auch richtig so, weil Dolby Vision gibt sehr viel vor. Jetzt sehe ich gerade, dass ich den Lichtsensor nicht abfotografiert habe. Beim Lichtsensor müsst ihr die Luminanzstärke, automatische Luminanzstärke bitte deaktivieren und die Tonkurve aktivieren. Das ist ähnlich wie bei der HDR-Sache, denn nur so haben wir die maximale Leuchtintensität des Panels bei der Dolby Vision Wiedergabe, unabhängig von dem Umgebungslicht, weil meiner Meinung nach zerstört der Lichtsensor da einiges bei der HDR- und Dolby Vision Wiedergabe. Gut, machen wir weiter mit der Helligkeit und hier habe ich mich bei Helligkeit bei Maximum wieder gesehen. Vollkommen klar. Also wir brauchen ja die maximale Panel-Ausleuchtung. Da müssen wir natürlich auch die Hintergrundbeleuchtung auf volle Pulle setzen. Kontrast hier auch auf Maximum, sodass wir einen guten Kontrast zwischen hell- und dunklen Bildbereichen haben. Gamma dann auf minus 1. HDR-Tone-Mapping auf Aus. Das ist natürlich wichtig. Ihr könnt hier das HDR-Tone-Mapping natürlich noch aktivieren und da müssen wir dran rumdoktern. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass hier das Dolby Vision Signal damit oder Dolby Vision Inhalt den Dolby Vision Inhalt damit zerstört. Also das ist ein Tone-Mapping separat nochmal durchführen zu lassen. Beim Dolby Vision Inhalt macht keinen Sinn, da Dolby Vision das eigentlich vorgibt. Daher sollten wir das deaktivieren. Beim Gamma habe ich mich jetzt hier bei minus 1 wieder gesehen, weil ich das Gefühl hatte, dass die Schwarzbereiche zu sehr ausleuchten, dass es zu sehr grau wirkt. Gut, machen wir jetzt weiter mit dem Schwarzwert. Hier habe ich mich wieder bei 50 wieder gesehen und alles nach dem Schwarzwert auf Aus. Hier also der Schwarzabgleich auf Aus und der erweiterte Kontrastverstärker auch auf Aus. Hier habe ich erst überlegt, das auf niedrig zu setzen, aber dann wurden die dunklen Bildbereiche wieder grau und das sah einfach nicht gut aus. Automatisch lokales Dimming habe ich hier auf hoch. Das ist ähnlich wie auch bei den anderen Bildmodi eine persönliche Sache. Wenn euch das stört, dass die im Schwarzbereich sich hier Wolken bilden, das heißt die Hintergrundbeleuchtung leuchtet den Schwarzbereich aus, falls hier eine helle Zähne zum Beispiel ist und ein heller Bildinhalt, dann solltet ihr das Local Dimming deaktivieren. Für die beste Dolby Vision Wiedergabe ist aber eigentlich zu empfehlen, das Local Dimming auf hoch zu setzen. Das gleiche auch bei der Spitzendominanz, hier auch auf hoch, sodass wir hier natürlich die maximale Helligkeit der hellen Bildbereiche bekommen. Machen wir weiter nun mit Farbe und bei der Dolby Vision Wiedergabe ist die Farbdarstellung natürlich immer so eine Sache und da ist natürlich alles sehr, sehr vorgegeben und da sollte man auch nicht zu viel dran rumdrehen. Daher habe ich mich jetzt hier bei der Farbeinstellung auf 0 wieder gesehen, also nicht auf 0, auf 50, also auf neutral, nicht 0, was Quatsch, also auf 50, also auf neutral. Dann Farbton natürlich auf 0 und Farbtemperatur. Jetzt kommen wir wieder zu dieser ganzen lustigen Geschichte mit der Farbtemperatur. Korrekt ist natürlich die wärmste Einstellung zu treffen, sodass wir den besten Weißton haben. Ja, das ist richtig. Das habe ich jetzt auch hier so ein bisschen verfolgt an der Stelle, weil es tatsächlich bei dem Sony X20 auch wirklich gut aussieht und er das gut macht. Aber bei Experte 1, nicht bei Experte 2, also bei Experte 2 war es ziemlich schwierig, was die Hauttöne angeht, in Kombination mit Vegetation und Hintergründen. Klar, bei Experte 2 ist es richtig, da gibt die Norm das ja auch vor, die Hautdarstellung sieht dadurch sehr gut aus. Das muss man wirklich sagen, das sieht man auch sofort, aber andere Bildbereiche sehen natürlich total unnatürlich aus und ich fand es bei Experte 2 einfach zu bräunlich, zu rötlich, habe ich mich nicht wiedergefunden. Könnt ihr selbst mal ausprobieren, Experte 2 wäre nicht falsch, ich sehe mich aber eher bei Experte 1. Dann bei der Farbbrillianz, genauso wie bei der Blu-ray und bei der HDR-Wiedergabe, habe ich mich wieder bei niedrig gesehen. Das gibt der Farben noch so einen gewissen Putsch. Ihr solltet noch wissen, was die Farben angeht, dass meine Kamera das hier sehr blass abfotografiert. Das ist normal, ich habe hier einen speziellen Bildmodus meiner Kamera gewählt, sodass ich das OSD gut abfotografieren kann. Das sieht nicht so blass aus, wie jetzt hier auf diesem Bild zu sehen. Auf jeden Fall, Farbbrillianz habe ich mich jetzt hier bei niedrig wiedergefunden, da niedrig und hoch das gleiche produzieren wie mittel und aus, also aus und mittel sehen gleich aus und niedrig und hoch sehen zusammen gleich aus. Also daher habe ich mich hier für niedrig entschieden. So, machen wir nun weiter unter dem Punkt Klarheit. Unter Klarheit haben wir jetzt hier die Bildschärfe, auch hier wieder auf 50, also auf der neutralen Position. Alles darüber überschärft das Bild, das heißt, wir bekommen Doppelkonturen, das Bild wird unnatürlich und alles darunter wird das Bild unscharf und ungenau. Und daher solltet ihr hier immer grundsätzlich die Mittel wählen, das ist auch so das, was die Norm und auch die Fernsehersteller vorgeben und ist auch vollkommen richtig. Reality Creation habe ich hier wieder deaktiviert, dadurch habe ich das auch nicht abfotografiert. Bei den beiden Rauschunterdrückern habe ich mich auch hier wieder für ausentschieden. Bei zufälliges Rauschen reduzieren habt ihr die Möglichkeit, zwar Filmkorn und Unreinheiten im Bild rauszurechnen lassen, aber Filmentwickler haben sich durchaus dabei was gedacht, wenn ein Film ein Filmkorn hat. Das ist kein Bildfehler, sondern das ist halt einfach gewollt. Und wenn ihr das aktiviert, dann kann es sein, dass ihr Details verliert. Kann es vor allem sein im Gesicht, dass es dazu kommen kann, dass zum Beispiel so Hautporen oder Sommersprossen oder so gar nicht mehr zu sehen sind, wenn das Bild sich bewegt. Daher solltet ihr das auf jeden Fall deaktivieren. Beim digitalen Rauschen natürlich auch, aber digitales Rauschen ist so eine Sache bei Streamingdiensten. Da kann es sein, dass wir zum digitalen Rauschen kommen, was natürlich nicht gewollt ist von dem Filmentwickler. Und da ist es so, dass wir es mit Kompressionsantefakten zu tun haben und da könnt ihr mit dem Entfernen des digitalen Rauschen das ein wenig rausnehmen. Aber das nur bei Streamingdiensten, nicht bei der Ultra HD Blu-ray. Dann gleichmäßige Abstufung, natürlich auch auf Hoch, sodass wir hier es nicht mit einem HDR-Colorbanding zu tun haben. Dann machen wir noch weiter mit der Bewegung und da möchte ich gleich das wieder so sagen, wie auch bei den anderen Einstellungen. Das ist eine persönliche Sache. Die beste Bildqualität bekommt ihr, wenn ihr den Filmmodus aktiviert. Das wirkt aber dann relativ rucklig, das Bild. Das bedeutet, wir haben da diesen klassischen Kino-Look. Wenn ihr mal im Kino sitzt, könnt ihr mal darauf achten, schnelle Bewegungen ruckeln dort auch, da wir es hier mit 24 Bildern pro Sekunde zu tun haben. Dementsprechend ist die beste Bildqualität auf ein. Ich kann aber verstehen, wenn ihr sagt, das gefällt euch nicht, das kann ich nachvollziehen, weil vor allem ältere Fernseher hatten das so nicht. Ist auch richtig so. Dann könnt ihr bei Motionflow gucken, ob ihr da eine Einstellung für euch findet, die das dementsprechend repräsentiert, was ihr mögt. Ich kann jetzt hier nichts vorgeben, das müsst ihr selbst wissen, was ihr dort einstellen wollt. Nun, nachdem wir uns jetzt die Filmdarstellungen angeschaut haben, kommen wir nun zum Gaming. Zum HDR Gaming mit 60 oder 120 Hertz an einer Xbox Series X, Series S, Playstation 5 oder auch Xbox One X und Co. Ich blende euch das alles oben ein, da habe ich die Konsolen alle aufgelistet, die für diesen Bildmodus gedacht sind. Hier habe ich jetzt die Xbox Series X mit dem O2 Low Latency Modus am Start. Das bedeutet, dass hier nur der Spielmodus verwendet werden kann. Das heißt, der Fernseher bietet hier keine andere Möglichkeit. Habt ihr jetzt eine Playstation 5 am Start, die den O2 Low Latency Modus nicht unterstützt, dann werdet ihr hier noch mehr andere Einstellungen vornehmen können. Das heißt, andere Bildmodi könnt ihr noch auswählen. Ja, das solltet ihr auf jeden Fall wissen. Ich empfehle hier aber auch für die Playstation 5 und auch für alle anderen Konsolen, die den O2 Low Latency Modus nicht unterstützen, aber HDR den Spielmodus zu verwenden. Alles andere macht keinen Sinn, denn nur so haben wir den besten Input-Lag. Gut, also Spielmodus mit folgenden Einstellungen. Lichtsensor habe ich jetzt hier wieder automatische Luminanzstärke, genauso wie bei Dolby Vision als auch bei HDR, da wir es hier auch mit HDR zu tun haben, auf Aus. Gesetz, damit haben wir die beste Ausleuchtung der hellen Bereiche, was die HDR-Spitznelligkeit angeht. Automatische Tonkurve auf 1, das macht die weißen Flächen etwas natürlicher im Verhältnis zu der Umgebungsbeleuchtung eures Raumes. Das ist eine sehr schöne Sache und solltet ihr ihn nutzen. Das nutzt auch diese ganze XR-Cognitive-Technik des X90J. Gut, machen wir weiter jetzt mit den Helligkeitseinstellungen. Da wir hier mit HDR es zu tun haben, auf volle Pulle natürlich, sodass wir die maximale Ausleuchtung haben des Panets. Kontrast habe ich jetzt hier auf 90, ich glaube, belassen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Man könnte es auch auf 100 setzen. Ich habe aber beim Gaming tatsächlich das Gefühl gehabt, wenn ich es auf 100 setze, dass die hellen Bereiche total ausbrennen. Bitte beachtet, ich habe hier einen speziellen Bildmodus meiner Kamera gewählt. Das hier sieht nicht so aus wie in Realität. Also das sieht sehr blass aus, das liegt aber an der Kamera, weil ich das USD perfekt abfotografieren wollte. Also, Kontrast könnt ihr ausprobieren, ich empfehle hier 90. Gamma auf Standard lassen, das war, glaube ich, Standard 0. Da wir hier auch es, ja, sonst mit einem zu starken Ausleuchten der dunklen Bildbereiche zu tun haben oder zum starken Black Rush. Daher empfehle ich hier auf jeden Fall auf 0. HDR-Tone-Mapping, das ist so eine Glaubensgeschichte. Wenn ihr das aussetzt, ist es so, also die Konsolen, also die Xbox Series X, als auch die Playstation 5 führen ja ein eigenes Tone-Mapping irgendwo durch. Das heißt, die definieren, wie die hellen und dunklen Bildbereiche zu wirken haben. Das bedeutet, dass man das normalerweise abschaltet. Bei den, also HGEG unterstützt der X90J ja so per se jetzt nicht, zumindest nicht so, wie ich es feststellen konnte. Ist auch nicht weiter schlimm, aus repräsentiert fast das Gleiche. Aber, ihr könnt ja mal ausprobieren, ob ihr mit den anderen HDR-Tone-Mapping-Einstellungen zufrieden seid. Achtet aber darauf, dass Details in, vor allem im Himmel, wenn ihr Wolken habt, nicht ausbrennen. Das heißt, dass das zu überbeleuchtet ist. Die Wolken müssen klar definiert sein. Ich habe das nur hinbekommen mit HDR-Tone-Mapping auf Aus. Das solltet ihr auf jeden Fall hier bewusst sein. Dann, Schwarzwert auf 50 wieder, auf Mittel. Dann machen wir weiter auf der nächsten Seite, und zwar mit Schwarzabgleich. Hier habe ich mich für Niedrig entschieden. Das hat mich ziemlich verwundert, da ich auch bei den Gamma-Einstellungen schon nichts getroffen habe. Habe ich eigentlich gedacht, dass beim Schwarzabgleich ich mich da auch eher beaussehe. Aber nein, mit dem Schwarzabgleich auf Niedrig habe ich festgestellt, dass die Details im dunklen Bit-Bereich noch mal besser werden. Erweiterter Kontrastverstecker natürlich aus. Wenn wir das aktivieren, erhöhen wir den Input-Deck, und es hat keinen Mehrwert bei Gaming. Dann automatisch lokales Dimming beim Gaming bitte aktivieren. Da wir hier es nicht mit Kinobalken zu tun haben, haben wir auch nicht das Problem, dass Schwarzbereiche irgendwo unnatürlich ausgeleuchtet werden. Beim Gaming empfehle ich schon, das automatische lokale Dimming auf volle Pulle zu setzen. Dadurch haben wir einen deutlich besseren Kontrast. Alles andere sehe ich mich einfach nicht. Dann, Spitzendominanz auf hoch macht natürlich hier an dieser Stelle auch wieder Sinn, da wir es hier mit HDR zu tun haben. Sollten wir die Spitzendominanz auf hoch setzen, sodass wir natürlich den helle Bildbereiche richtig kräftig wirken lassen und somit natürlich auch das HDR-Bild gut rüberkommt. So, nächster Step ist jetzt Farbe. Und Farbe ist ja so eine Sache beim Gaming. Also ich mag das ja gerne, wenn Farbeinstellungen ein bisschen kräftiger sind, das ein bisschen lebhafter wirkt. Und dadurch habe ich mich hier bei 60 wieder gesehen. Farbton auf 0 und Farbtemperatur hier bitte auf neutral. Also beim Gaming ist es schon so vorgegeben, dass die Farbtemperatur bitte auf neutrale Einstellung ist. Da gibt es keinen Kinolook, dass hier etwas auf Experte 2 gestellt werden sollte oder so. Ich empfehle euch hier neutral. Schaut, wie euch das gefällt. Natürlich könnt ihr es auch anders einstellen. Es macht das Spiel ja nicht schlechter an der Stelle, was den Spielspaß angeht. Aber mit Bildqualitätstechnisch sehe ich eigentlich bei neutral die beste Bildqualität. Farbbrillanz habe ich mich hier bei Mitte wieder gesehen. Da ich festgestellt habe, im Spielmodus behandelt Farbbrillanz sich ein bisschen anders, verhält sich das ein bisschen anders. Und da habe ich bei Mitte eine sehr gute Farbderstellung wiedergefunden. Die wie gesagt jetzt hier auf dem Foto nicht zu sehen ist, da die Kamera einen sehr blassen Modus fährt. Auf jeden Fall Farbbrillanz auf Mitte. Nun geht es weiter mit Klarheit. Und hier bei Klarheit lässt sich eigentlich nicht viel einstellen. Ist auch richtig so. Beim Gaming lohnt sich das auch nicht großartig und würde auch nur den Input-Lack erhöhen. Bildschärfe hier wieder auf Mitte. Natürlich. Also wenn wir jetzt hier die Bildschärfe auf hoch setzen, also höher setzen als 50, bekommen wir Doppelkonturen. Wenn wir es runter setzen, bekommen wir ein blasses und verwaschenes Bild. Da 50 quasi die Ausgangsstufe ist und die perfekte Schärfe Darstellung bietet, die der Fernseher liefern kann. Aber Reality Creation selbstverständlich auch hier wieder aus. Dadurch haben wir es nicht abfotografiert. Die Rauschunterdrücker sind hier nicht verfügbar. Brauchen wir natürlich beim Gaming auch nicht. Und gleichmäßige Abstufungen müssen wir hier auf hoch setzen. Da wir vor allem beim Gaming es mit HDR-Colorbanding zu tun haben. Das ist vollkommen normal. Aber der X90J ist in der Lage mit der Hocheinstellung dieses Colorbanding komplett zu eliminieren. So, dann geht es jetzt noch weiter unter Bewegung. Da haben wir eine Motionflow-Einstellung, welche ich hier an dieser Stelle aber ehrlich gesagt gar nicht groß. Ich sehe, da wir es hier mit 60 oder 120 zu tun haben. Und das Bild ist super weich. Ich empfehle euch bei den Motionflow-Einstellungen nichts vorzunehmen. Das erhöht nur den Input-Lag, wenn es überhaupt jemals dementsprechend einen großen Effekt hat. Also wie gesagt, Motionflow solltet ihr die Finger beim Gaming lassen. So, zum Schluss kommen wir jetzt zum Gaming in der SDR-Qualität. Hier habe ich auch exemplarisch meine Xbox Series X genommen, habe HDR deaktiviert, sowie den Auto-Low-Latacy-Modus. So, dass ich eine Standard-klassische Konsole quasi simulieren kann, die diese Dinge nicht unterstützt. Also Last-Gen-Konsole. So, da habe ich mich jetzt hier natürlich auch wieder beim Spielmodus wieder gesehen. Da sehen wir schon, dass wir hier auch schon was zum Auswählen haben, wenn wir den Auto-Low-Latacy-Modus nicht nutzen. Das habe ich ja euch eben schon erzählt bei der HDR-Einstellung, dass wenn ihr den Auto-Low-Latacy-Modus nutzt, könnt ihr das hier nicht auswählen. Vor allem für Xbox One S und Xbox One X-Besitzer ziemlich interessant, denn die beiden Konsolen können ja den Auto-Low-Latacy-Modus. Wenn ihr den aktiviert, könnt ihr nur Spiel auswählen. Ist auch richtig so, um den besten Input-Lag zu haben. Aber wenn ihr Konsolen verwendet, die jetzt kein Auto-Low-Latacy-Modus nutzen, was ja auch normal ist bei älteren Konsolen, empfehle ich trotzdem den Spielmodus. Den Spielmodus stellen wir jetzt wie folgt ein. Und zwar unter automatische Bildmodus natürlich wieder auf Aus. Da sehe ich mich überhaupt nicht. Dann machen wir weiter unter Lichtsensor. Lichtsensor habe ich mich hier tatsächlich auch für automatische Luminanzstärke auf Aus entschieden. Da könnt ihr gucken, ob ihr vielleicht das mal einschaltet. Ich habe mich aber eher dabei ausgesehen, was eigentlich nicht unbedingt dem zu dem passt, was ich bei DVD und Blu-Ray eingestellt habe. Aber im Spielmodus habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das Bild muss ein bisschen kräftiger und knackiger wirken in den hellen Bildbereichen. Dadurch habe ich mich hier für Aus entschieden. Tonkurve, um die perfekte Weißanstellung zu haben im Verhältnis zu dem Umgebungslicht, solltet ihr aber aktivieren. So, dann machen wir weiter jetzt unter Helligkeit. Und hier habe ich mich wieder bei 100% wieder gesehen, auch im SDR-Betrieb. Das ist im Gaming halt einfach mega nice, was die Bildqualität angeht, was die Leuchtstärke angeht. Aber es kann natürlich sein, dass ihr sagt, boah, das ist mir aber zu hell, Alter. Das geht überhaupt nicht, das brennt nur noch in den Augen, kann ich nachvollziehen. Dann geht hier runter, könnte auch auf 30 gehen oder so. Das würde die Bildqualität jetzt hier nicht mindern. Ich habe mich aber bei Maximum gesehen. Dann Kontrast auf 93, Gamma auf 1 und den Schwarzwert auf 51. Tatsächlich habe ich jetzt hier das allererste Mal in diesem Video den Schwarzwert angefasst. Da ich das Gefühl hatte, irgendwie sind die Details im dunklen Bildbereich im SDR-Betrieb nicht so definiert bei dem Fernseher, was technologieabhängig auch ist. Das ist vollkommen richtig. Daher habe ich mich hier sehr in der Optimierung gesehen, die Schwarzbereiche gut auszuarbeiten, dass man trotzdem gute Schwarz hat und dennoch eine gute Detailtreue. Daher habe ich mich bei den Einstellungen so gesehen. Kontrast 93, Gamma 1 und Schwarzwert 51. Machen wir weiter auf der nächsten Seite. Dann Schwarzabgleich auf Mitte. Das war zu erwarten, dass ich hier den Schwarzabgleich auf Mitte setze, um natürlich eine gute Balance zu haben zwischen dem grauen Schwarz und dem tiefen Schwarz, also dem hellen Schwarz und dunklen Schwarz. Und Mitte hat gut in meinen Augen gewirkt, was die Optimierung angeht, der Details im dunklen Bildbereich. Daher empfehle ich euch jetzt hier, Schwarzabgleich auf Mitte zu setzen. Erweiterte Kontrastverstärker natürlich aus. Wenn wir den aktivieren, erhöht sich ein bisschen der Input-Lag und hat keinen nennenswerten Effekt beim Gaming. Dann automatisch lokales Dimming empfehle ich hier wieder auf hoch zu setzen. Vollkommen verständlich, da wir jetzt hier wie gesagt ein Vollbild zu tun haben. Wir haben hier keine Kino-Balken, es können keine dunklen Bildbereiche irgendwie fälschlicherweise ausgeleuchtet werden. Und wir bekommen natürlich nochmal einen besseren Kontrast beim Gaming und das gibt der ganzen Sache den letzten Kick. Dann Spitzensummelanz habe ich mich jetzt hier auch wieder bei hoch gesehen, um einen gewissen HDR-Effekt zu produzieren. Nun geht es weiter mit den Farbeinstellungen und die habe ich genauso gewählt wie bei dem HDR-Gaming. Hier habe ich auch wieder Farbe 60 genommen, um halt ein bisschen kräftigere Farbdarstellung zu haben. Wie gesagt, hier fotografiere ich das mit speziellem Bildmodus meiner Kamera ab. Das heißt, es ist wesentlich blasser das Bild, sodass ich das OSD besser abfotografieren kann. Auf jeden Fall Farbe habe ich 60, Farbton 0. Farbtemperatur bitte auf neutral. Das ist so eine Sache, das ist eigentlich auch so vorgesehen seitens der Hersteller und auch seitens der Spieleentwickler, dass die Farbtemperatur auf neutral gesetzt werden sollte. Wenn euch das aber zu kühl ist, dann könnt ihr auch gucken, ob euch vielleicht die Warmeinstellung gefällt. Farbbrillanz habe ich auf Mitte gesetzt, das gibt der ganzen Farbkontur noch so den letzten Schliff. So, dann machen wir weiter unter Klarheit. Und Klarheit ist eigentlich so eine Sache, die beim Gaming eigentlich nicht so sonderlich beachtet werden sollte. Zumindest bis hier. Also Bildschärfe bitte wieder auf neutral, macht auch alles andere keinen Sinn. Wenn wir nämlich die Bildschärfe runtergehen, drehen, also schon auf 49, wird das Bild sehr schnell verwaschen. Und wenn wir schon über 51 gehen, dann wird das Bild sehr stark doppelkonturig. Also das heißt, wir haben Konturen, die doppelt, wir haben so einen Ghosting-Effekt um die Objekte. Das sieht einfach unnatürlich aus. Wenn euer Bild unscharf ist, dann solltet ihr euch lieber die Quelle anschauen, als die Bildschärfe einzustellen. Dann Reality Creation natürlich aus. Da habe ich mich, wie gesagt, in keiner Bildeinstellung wiedergefunden. Daher habe ich das auch hier nicht abfotografiert. Die Rauschunterdrücker machen im Gaming keinen Sinn. Dadurch hat der Fernseher dies natürlich auch abgeschaltet, richtig so. Und gleichmäßige Abstufungen auf hoch ist hier auch zu empfehlen. Obwohl im SDR-Betrieb muss es nicht unbedingt sein. Aber ich habe dadurch irgendwie das Gefühl gehabt, das Bild wirkt noch ein bisschen brillanter, ein bisschen weicher, was die Farbverläufe angeht. Und das habe ich als sehr schön empfunden. Dadurch habe ich mich hier bei hoch wieder gesehen. Da könnt ihr aber selbst ein bisschen ausprobieren. Wenn euch das vielleicht ein bisschen zu weich ist in den Farbübergängen, dann könnt ihr auch sagen, ihr deaktiviert die gleichmäßigen Abstufungen. Und zu guter Letzt sind wir wieder bei den Bewegungseinstellungen. Und das macht beim Gaming ja, wie gesagt, nicht so viel Sinn. Daher empfehle ich euch auch hier bei den Motionflow-Einstellungen eigentlich nichts einzustellen. Das so weit zu deaktivieren, wie es geht. Das erhöht nur den Input-Lag und macht das Bild unnatürlich. Ja, und damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Wie gesagt, das PlayStation Auto-HDR-Tone-Mapping habe ich hier in diesem Video absichtlich nicht behandelt, da ich dies in einem separaten Video machen wollte. Muss ich schauen, wie ich das realisiert kriege. Ich weiß noch nicht, wie lange ich den X90J noch miete. Vielleicht miete ich noch einen Monat länger und arbeite das damit ab. Ich muss mal schauen, wie ich das unterkriege. Wenn ich es noch schaffe, bekommt ihr zu dem X90J noch ein separates Video, was dieses PlayStation 5 Auto-HDR-Tone-Mapping angeht. Da möchte ich auch so ein kleines Analyse-Video machen. Aber da schauen wir mal, inwieweit ich das realisiert kriege. Okay, auf jeden Fall, das war jetzt mein Bildeinstellungsvideo zum X90J LED-Fernseher. Wie gesagt, diese Bildeinstellungen sind auf meiner persönlichen Expertise, meinem persönlichen Empfinden vorgenommen worden. Ihr könnt diese Bildeinstellung ausprobieren, müsst ihr es aber nicht. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit mit eurem X90J und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut! Macht es gut!